Hasi, hu hu, Hasi, Hasi, Hasi. Z-Hats gebracht. Nü, waren wir hier schon mal? Oh, was sehen meine entzündeten Augen da? Uah. Objekt außer Sichtweite? Ich gebe dir gleich Objekt außer Sichtweite. Die sehen alle so scheiße gruselig aus, das muss ja nicht sein. Was ist das? Ich meine, was ist das für ein Laden? Was verkaufen die da? Ist das irgendwie Kostüme oder... Und warum packt man denn so eine creepy Dinger da ins, ins... Okay, was mich jetzt interessieren würde, wäre ja fast, ob der Riddler jetzt schon wieder einen neuen Spruch hat oder ob wir wirklich woanders hin müssen. Das Zaubermobil. Okay, hier hat er nichts mehr zu sagen. Also ist hier sozusagen endlich das Bilderrätsel gelöst, der Rest muss woanders sein. Was sagt denn die Übersicht? Ja, wenn ich doch nur wüsste, wo was davon ist, ne? Okay, das ist was anderes. Komm jetzt hier, mach mal. Bumm, 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 bumm. Okay, es fehlt noch diese eine Trophäe. Keine Ahnung, wo die ist. Es fehlen, glaube ich, noch... Ja, ein paar davon. Noch eine zweite Trophäe. Das Verlangen nach Rache, in jenen von dir betrogen, weg... Ist klar. Puh, wo sind denn die? Gehen wir davon aus, dass das jetzt hier erstmal war und gucken bei dem anderen nach? Oder, oder? Ich könnte jetzt natürlich auch erstmal durchrennen, einsammeln, was ich finde und dann später nochmal wiederkommen. Aber gut, was willst du hier noch groß finden, oder? Alles, was jetzt nicht gesehen wird, ist wahrscheinlich so versteckt, dass wir es nur mithilfe finden. Die wir aktuell noch nicht haben. Also wieder aufs Dach rauf. Geh nach Hause, das hilft vielleicht. Ich dachte, Bruce Wayne hätte nichts Besseres zu tun, als das Herbe seiner Helden zu verprassen. Mann, ich bin echt etwas enttäuscht. Weil er doch was Besseres zu tun hat? Keine Ahnung. Bin ich hier richtig? Ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Ich muss hier richtig sein, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder wie? Oder wo? Oder was? Oder wann? Nee. 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 Wenn wir jetzt den unteren Bereich betreten, würde er uns wahrscheinlich wieder sein Sprüchchen aufsagen. Dann suchen wir nach dem Aha-Moment. Skip, skip, skippidi-skip. Ich will skippen. Das Verlangen nach Rache in jenen von dir betrogen, wächst und gedeiht und schlägt höhere Wogen. Höhere Wogen. Wächst, gedeiht, höhere Wogen, von mir betrogen. Meine Güte, es trifft doch so viele Leute zu. Auch viel zu viele Leute trifft das zu. Vor allem ist das ganze Ding auch so eine Auslegungssache. Ich meine, vielleicht stehe ich wirklich auf dem Schlauch, aber das könnte sie jetzt auf den Neid beziehen, was sehr wahrscheinlich ist. Oder auf Ivy, die ja auch ziemlich draufgegangen ist. Das Verlangen nach Rache in jenen von dir betrogen. Wächst und gedeiht und schlägt höhere Wogen. Das könnte natürlich auch irgendein Plan mit Höhe zu tun. Der Plan, den ich hier irgendwo finde, könnte was mit Höhe zu tun haben. Das ist auch noch so ein Ding, was sein kann, dass das irgendwie wieder mal nur metaphorisch ist. Aber vielleicht muss ich einfach nur das Symbol für Rache finden. Aber diese Maske hier ist es nicht. Also, hmm. Jetzt wäre es gut, die Dinge, die englische Tipp haben. Hier im Gerümpel würde es nicht rumliegen, oder? Nein. Riddler-Rätsel sind meistens auf Augenhöhe. Kann natürlich auch sein, dass ich mich hier falsch suche. Äh, Wund suche. Also hier am falschen Ort, aber naja. Logisch gedacht, hier drin war schon was. Hier drin wird nichts weiter sein. Da ist nichts und hier ebenso nicht. Kein Objekt. Sag mir doch wenigstens mal Objekt zu klein, oder nicht im Bild oder so. Dann habe ich wenigstens eine Richtung, wie ich gehen muss. Ich finde ja noch immer hier die Sache mit, mit, mit dem Turm. Das wäre. Aber nein. Offenbar nicht. Oder hier die Luftschiffe. Weißt du? Rache, höhere Wogen, Luftschiffe. Super Plan. Aber nein. Vielleicht ist es der Fußball. Auch nicht. Ich muss noch irgendwo einen entscheidenden Teil vermissen. Objekt verdeckt ist gut. Also vielleicht doch das Ding hier. Hatte ich das nicht schon mal fotografiert? Kein Objekt geortet? Eben war es verdeckt. Jetzt ist es weg. Hä? Objekt verdeckt. Wenn ich so stehe, ist das Objekt verdeckt. Ist vielleicht hier irgendwo im Kübel? Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Von was verdeckt? Von was verdeckt? Hier ist nichts. Und wenn ich in die Richtung fotografiere? Kein Objekt geortet. Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Objekt verdeckt. Das ist eine normale Waffenkiste, oder? Ja, das ist eine normale Waffenkiste. Jetzt ist das Objekt wieder verdeckt. Oder ist es wegen dem da? Soviel zu Objekt verdeckt. Okay, verstehe. Mist. Doppelmist. Okay, hier gibt es nichts. Das sieht schon fast aus wie ein Haufen Figuren, aber nein. So, da unten war der Luftschiffplan, hier war das Ding, also bleiben noch die zwei Korner übrig. Ich glaube, in dem da ist nichts. Es sei denn, dass da bedeutet irgendwas, aber ich habe so Zweifel. Ich gehe trotzdem nochmal durch. Das sind so Sachen, die fallen einem leichter, wenn man das Ganze replayt, weil man sich dann schneller daran erinnert, was man damals gesucht hat. Aber jetzt... Oh, Objekt verdeckt ist gut. Glaub ich, dass das hier ganz gut ist. Ah, hier haben wir doch endlich die höheren Wogen. Außer Sichtweite, natürlich. Alter! Zu klein, sag mal, willst du mich verarschen, oder was? Danke! Was haben wir denn hier? Batman mit Auto. Mhm. Uh, da ist aber einer eifersüchtig. Mhm. Auch beide zusammen. Mal wieder zusammen. Gut. Oder auch nicht. Ähm. Hier sind die Rätsel. Davon fehlen immer noch ein paar Dinger. Wobei ich leider keine Ahnung habe, wie viele. Und zwei Trophäen sind uns noch entgangen. Gehen wir mal davon aus, dass die hier wirklich drin versteckt sind, oder? ich kann so leider absolut nicht in den Schacht gucken. Das heißt, wenn einer im Schacht ist, dann habe ich Probleme. Heute gibt das echt komische Clipping-Fehler. Ah ja. Hat einer von euch noch eine Idee? Mal von hier oben gucken. Okay, ich sehe auf Anhieb nichts. Was ist das denn? Ach so. Strominteraktion möglich. Verstehe. Okay, dann gehst du halt erst... Entschaltest du dich jetzt bitte? Okay. Hier war so ein Ding im Tunnel, die haben wir aber schon. Hier kann ich nicht ausschließen, dass vielleicht noch einer so ist. Aber ansonsten bringt das auch recht wenig. rotes Licht ist wahrscheinlich nur rot. Okay. 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 Okay.